Dann lass uns über die zweite Mannschaft aus dem Titelrennen sprechen. Borussia Dortmund hat sich, nee, Union Berlin hat sich mehr oder weniger jetzt erstmal aus dem Titelrennen verabschiedet. Ist ja lange Zeit auch auf Platz 1 gewesen und da oben mitgeschwommen. Borussia Dortmund hat das erste Mal im Jahr 2023 Punkte liegen lassen. Ausgerechnet im Revierderby beim FC Schalke 04. Wir wollen hier natürlich auch, ja, ja. Hast du gut gemacht bis jetzt, aber ohne zu lachen. Fand ich super. Denn heute moderiere ich das Ding. Ich bin hier neutral. Wir gucken uns die Highlights einmal an. 2 zu 2 geht dieses Derby aus. Machen wir einen Applaus für das Spiel. Das war eins der besten Derby. Wir machen mal einen kleinen Check hier, weil ich ja ein paar Trikots, die Schalke-Fans mal einmal leer machen. Okay, ja. Guck mal, das ist auch Schalke. Selbst der Mann mit dem Gips applaudiert, das würde ich schlagen. Mal die Dortmund-Fans, haben wir welche hier? Bin trotzdem auch noch laut. Haben sie sich nicht getraut, in Farbe zu kommen, ne? Ihr dürft das, ist alles gut. Da ist ein Trikot. Da ist auch ein Trikot hinten, sehe ich. Ja, guck. Aber kann man immer noch anziehen, oder? Na ja, nickt da. Ja, zwei Punkte sind es auf die Bayern. Die Meisterschancen dadurch ein bisschen gesunken. Aber man spielt ja noch direkt gegeneinander. Ja. Und da wissen wir ja im Zweifel dann auch, wie das läuft. Aber ich finde, dass wir bei Terzic eine Sache beobachten können. Und zwar sowohl das erste Mal beim BVB, als auch jetzt wieder. Der schafft es eine Mannschaft. Und ich weiß überhaupt nicht, da müssen andere Leute antworten, die das schon mal gemacht haben. Aber er hat es regelmäßig geschafft, dass Mannschaften in einen Lauf kommen. Und Spiele entscheiden, für sich entscheiden, die sie vielleicht eigentlich nicht gewinnen sollten. Das haben sie beim ersten Mal gemacht, auf dem Weg zum DFB-Pokalsieg und auch in der Liga. Und das haben sie jetzt wieder gemacht. Und die Frage ist einfach nur, wie lange man so einen Lauf reiten kann und wie lange man das aufrechterhalten kann. Jetzt ist ein kleiner Knick drin, Chelsea und Schalke innerhalb von vier, fünf Tagen. Aber ich habe das Gefühl, dass Terzic, was so das Zwischenmenschliche angeht, einen sehr, sehr guten Weg findet, mit seinen Spielern umzugehen. Und ich glaube, das wird ganz entscheidend sein in den letzten Wochen dieser Saison. Also er ist sehr offen, finde ich auch. Er ist sehr kritisch, selbst auch gegenüber den Medien, also gegenüber den Spielern. Bei den Medien ist er durchaus kritisch, spricht die Themen ganz klar an. Spricht ja auch nicht vom Meisterkampf, sondern wir haben noch echt einiges zu arbeiten. Ich war jetzt gegen Chelsea beispielsweise im Heimspiel, auch im Stadion, wo ja auch diese unfassbare Atmosphäre war. Also noch ein bisschen mehr sogar als bei Bayern gegen Paris, finde ich. Diesem 1-0 von Adeyemi hat dann Pech, dass Adeyemi sich verletzt und auch noch Julian Brandt sich verletzt. Und Kobel auch schon raus. Und Kobel natürlich auch schon davor. Also drei ganz wichtige Spieler. Die der Borussia jetzt gefehlt haben, auch in diesem Derby jetzt. Und das hat man schon auch gespürt. Das war schon ein anderes Spiel. Und trotzdem waren sie ja mindestens mal in der ersten Halbzeit komplett überlegen. Also absolut komplett überlegen. Sie müssen eigentlich 3-0 führen. Aber das ist auch ein Prozess, den gibt es bei Bayern München nicht. Und den hat Borussia Dortmund gerade noch auf dem Zettel. Die Bayern, die nutzen halt jede Gelegenheit, jede Chance. Ich meine, die liegen 1-0 hinten gegen Augsburg und dann steht es kürze Zeit später, steht es 3-1. Und alle denken, es geht jetzt hier irgendwie 6-1 aus. Die haben das Problem einfach nicht. Und die Dortmunder haben dann schon auch gehadert mit sich selber. Und haben diese Möglichkeit nicht genutzt. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel zwei wirklich messerscharfe Pässe gesehen von Marius Wolf. Für mich übrigens einer der nächsten Nationalspieler. Weil der Kader wird am Wochenende bekannt gegeben. Er muss eigentlich dabei sein, so in der Form, wo er jetzt gerade steckt und wo er gerade drin ist. Also sie ziert auch den Platz, hat in der Defensive, wie wir beim 2-2 beim Gegentor auch gesehen haben, die Flanke nicht verhindert. Auch da ist noch ein Lernprozess. Und das ist, finde ich, dann auch der Unterschied zum FC Bayern. Und deswegen werden sie es knapp nicht schaffen. Obwohl wir gerne Spannung hätten. Hat er, glaube ich, gesagt nach dem Spiel, wir haben noch Themen, an denen wir arbeiten müssen. Wir lassen uns dann zu sehr auch von der Stimmung emotionalisieren, anstecken. Und bleiben nicht konzentriert und spielen das durch. Also dieses emotionalisieren lassen oft, dann diesen Fokus verlieren. Das hat er, glaube ich, angesprochen, dass das noch Themen sind, wo sie daran arbeiten müssen. Sie haben das Spiel der Schalker angenommen. Durch die Emotionen von außen, durch diese leidenschaftlichen Fans. Das ist ja auch toll. Und dann nimmst du das auch an und fightest dann plötzlich selber, wo du das eigentlich spielerisch lösen kannst. Haben sie ihn aufgezwungen. Aber das fand ich das Besondere an Schalker an diesem Wochenende. Ich habe jetzt im Nachgang überall gelesen, oh, eigentlich hätte man mit diesem Spielplan gar nicht gewinnen können. Mit dem, was Reiß sich da überlegt hat. Und man kann gar nicht unentschieden spielen. Und dann gucke ich mir aber dieses Spiel an. Und das Einzige, was ich halt sehe, die haben die einfach über Kampf auf das eigene Niveau runtergezogen. Und Dortmund hat es halt runterziehen lassen. Und das ist für mich das Ende der Geschichte dann. Da kann man über Matchpläne und alles Mögliche reden. In der Sekunde, wo Schalke dir das nimmt, dir was anderes aufzwingt, ist der halt nicht mehr so wichtig, oder? Ja, wobei es war ja am Anfang so, dass man so eine Mann-gegen-Mann-Orientierung hatte auf dem Platz. Und ich habe lange so gedacht, boah, das halten die ja niemals 90 Minuten durch gegen echt auch laufstarke Dortmunder und technisch echt versierte Dortmunder. Und sehr dribbelstarke Dortmunder im 1-zu-1-Duell. Da geht auch mal einer dran vorbei und dann hast du plötzlich Überzahl auf dem Platz. Und das ist ja dann auch so gewesen, ist ja schiefgegangen. Ist übrigens ganz interessant, jetzt spielen sie ja gegen Augsburg. Die spielen ja auch so mannorientiert. Also zwei Mannschaften treffen aufeinander. Das wird ein ganz interessantes Match, glaube ich. Julia, wie hast du die Leistung der Dortmunder gesehen? Ja, auch gut in der ersten Halbzeit. Also ich glaube, in der ersten Halbzeit musst du eigentlich fast den Sack zumachen. Also da hat sich Schalke, glaube ich, in den letzten 15, 20 Minuten der ersten Halbzeit, konnten sie, glaube ich, sehr froh sein, mit dem 1-0 Rückstand in die Halbzeit zu kommen. Weil da haben sie sich echt so reingerettet. Wir saßen ja irgendwie recht nah dran und dann hast du schon gesehen, da pumpen einige ordentlich. Aber weil es dann auch immer wieder passiert ist, dass Schalke wurde nach und nach nach hinten gedrängt. Und das ist nicht mal ihrs. Da laufen sie dann viel hinterher. Sie sind dann gut, wenn sie vorne drauf können. Das ist auch der Matchplan gewesen. Thomas Reiß hat es auch gesagt, wir wollen Dortmund gar nicht an die 100 Prozent drankommen lassen, weil dann haben wir keine Chance. Wir müssen versuchen, plus die Verletzten, die Dortmund aktuell hat, einfach den Zahn zu ziehen. Und das haben sie, finde ich, gut gemacht. Immer wenn sie vorne im Angriffspressing in diese Duelle kamen und nach und nach wurden die Abstände größer. Die Kompaktheit hat ein bisschen gefehlt. Dann zwei, drei Pässe von Bellingham, von Can durchs Mittelfeld. Und da hat man gesehen, so kann man Schalke dann eben knacken. Und dann kamen sie aber gut aus der Halbzeit. Da konnten sie einmal durchatmen. Ich weiß nicht, was Thomas Reiß dann auch gesagt hat oder was sie gegessen, getrunken haben. Dann waren sie wieder die Schalker, die man in den letzten Wochen auch gesehen hat. Und da merkt man dann eben in den Schlüsselmomenten auch, da ist Dortmund vielleicht auch noch nicht die Top-Top-Mannschaft, die sie vielleicht auch sein wollen, befinden sich in dem Prozess. Und dann fällt so ein 2-2, glaube ich, in den letzten 10, 15 Minuten aus einer Szene, wo einmal rechts in Überzahl der Ball nicht attackiert wird, einmal links in Überzahl der Ball nicht attackiert wird. Plus im Zentrum dann auch noch in Überzahl der Ball nicht verteidigt werden kann. Und das sind dann eben Schlüsselmomente. Da muss Dortmund einfach besser werden und nicht den Fokus verlieren. Ich fand das 1-0, fand ich relativ bezeichnend, was im Vorfeld passiert ist. Der Ballverlust von Bellingham gegen Kral. Weil Kral geht da hart, aber fair in den Zweikampf. Und Bellingham nimmt die Arme hoch und erwartet in besser Josua Kimmich-Manier den Freistoß. Und Schalke spielt weiter. Tom Kraus nimmt den Ball auf, raus zu Salazar, ab dann geht es schnell und das Ding ist gelaufen. Und das meinte ich mit dem, da war Schalke einfach schärfer in dem Augenblick, heißer und ein bisschen giftiger. Und ruiniert Dortmund ab da so ein bisschen das Spiel. Jonas, du hast ja auch für Dortmund gespielt. Hast du das Derby gesehen? Nee, leider nicht. Ich glaube nur am Anfang die ersten 20 Minuten. Aber im Nachgang die Highlights natürlich angeguckt, etc. Ein bisschen informiert und hat mich an unser Spieler ein bisschen erinnert, als Schalke bei uns gespielt hat vor ein paar Wochen. Weil da war es ähnlich, dass du ja eigentlich sagen musst, du willst zu Hause in der aktuellen Phase gegen Schalke einen Dreier holen, ganz klar. Und wir haben uns an dem Tag auch ein bisschen einlullen lassen, sage ich mal, von ihrer Art und Weise. Es war passt, unser Spiel durch spielerische zu lösen, was wir gerade angesprochen haben, wo du dann gegen Schalke vielleicht die entscheidenden Szenen kreieren musst über spielerische. Und das haben wir an dem Tag, ja, wir haben uns auch dem Schalker Spiel angepasst und haben es dann nicht mehr so hingekriegt. Und ja, ähnlich wie doch, haben wir dann auch nur einen Punkt geholt. War übrigens auch ganz spannend, da war ich auch da bei dem Spiel, bei euch. Ich bin jetzt aber nicht wieder hochgestalt. Aber genau das habe ich auch gesehen. Das war auch ein Top-Spiel, ich musste am Sonntag darüber berichten. Deswegen habe ich es mir angeschaut. Es war übrigens auch interessant, dass auch die Schalker Fans dafür gesorgt haben, dass diese Euphorie auf dem Platz übertragen worden ist. Du kannst dich erinnern, die Gruppe war rappelvoll. Das war ein Höllen-Alarm-Lärm da hinten in dieser Ecke. Und die haben ja jede Grätsche abgefeiert. Also es ist ja mittlerweile so, dass jede Grätsche da abgefeiert wird und jeder Ball gewinnt. Das war sehr, sehr beeindruckend. Nicht von euch, sondern... Sorry. Das ist übrigens auch ein ganz spannendes Thema. Wenn du gerade schon mal hier bist, würde ich dich das gerne mal fragen. Also diese spielerische Entwicklung von euch, die finde ich ja nach wie vor phänomenal. Wenn das funktioniert, wenn dir so ein Lauf kommt, dann läuft das ja auch, dann läuft das einfach so durch. Aber ihr habt jetzt nicht diese Phasen, wo ihr so beißen könnt. Beißen, kratzen, das ist irgendwie nicht so ehrlich, oder? Wunder Punkt. Ja, also wir sind halt auch eine zusammengestellte Mannschaft, sage ich mal, aus vielen so diesen spielerischen Leuten, wir versuchen zu oft, diesen spielerischen Ansatz zu wählen. Und wäre gar nicht schlecht, wenn wir da mal dieses einfache vielleicht auch reinbringen würden. Dazu gehören dann auch diese Tugenden, über die man dann gerne spricht. Oder auch wenn es mal ein ganz normaler langer Ball ist. Wir haben jetzt gegen Leipzig öfter auch mal einen langen Ball gespielt. Und wir haben gesehen, wenn du gut auf den zweiten Ball stehst, und wir als Mannschaft, die auch gute Umschaltspiele hat, kannst du wieder was anderes reinbringen. Und das fehlt uns, glaube ich, so ein bisschen, die Balance zu finden zwischen dem spielerischen. Wann können wir Risiko gehen, auch von hinten raus? Und wann können wir unser Spiel auch mal anders aufziehen? Und ja, das sind auch Themen, die wir natürlich ansprechen, ganz klar. Und daran arbeiten, um dieses Gefühl zu entwickeln in diesen Situationen. Wann ist was gefragt? Mirko, hast du eigentlich gerade in einem Ex-Dortmund da so ein bisschen unterschwellig die Mentalitätsfrage wieder aufgedrückt? Boah. So ein Ticken. Schon ein bisschen, oder? Ja, die Dortmund hatten das Problem ja auch so ein bisschen in der Hinrunde. Und jetzt ist es ein bisschen Emre Can-Thema auch. Also der kommt rein und plötzlich ist es, der spielt einfach gut. Und der hat so eine andere Mentalität jetzt gerade so auf den Platz gebracht. Habe ich zumindest das Gefühl. Also man würde es noch besser kennenlernen, wenn man neben ihm spielen würde. Ob das wirklich dieser Typ ist. Das müsstest du eigentlich besser beurteilen als dich. Aber ich habe den Eindruck zumindest. Er bringt genau das rein. Dieses Aggressive auch mal einen umzuhauen. und einen Ruck durch die Mannschaft zu bekommen. Deswegen ist es auch gesperrt jetzt. Fünfte gelbe Karte. Ja, genau. Auch schön. Aber ich glaube auch einer, der sich ein bisschen hinterfragt hat und sein Spiel so ein bisschen optimiert hat, wir hatten ihn auch unter anderem in der Analyse am Wochenende. Und da ging es auch darum, häufig ja, Emre Can kommt ja glaube ich auch von der Position 10, ist mittlerweile Rechtsverteidiger oder defensiver Mittelfeldspieler und hier und da vielleicht auch einen Ballkontakt zu viel und will manchmal vielleicht auch zu viel ein bisschen überstürzt. Aber glaube ich mittlerweile, wie er spielt und wie er sich selber auch mit seinem ganzen Talent, was er zweifelsohne hat, können vielleicht sogar schon noch ein Stück weiter sein in seiner Entwicklung, hat sich da glaube ich auch nochmal enorm verbessert. Gerade in dem Jahr 2023, wo er viel schlauer auch spielt. Also wo er wirklich so ein bisschen Taktgeber auch ist, wo er das Spiel lenken kann, wo er selber auch ruhiger geworden ist und nicht eben so dieser hitzige Can zum Teil auch war, der ja oder ist, der zum Teil eben war. Hat er dich eigentlich mal im Training richtig umgehauen? Nee, ich glaube nicht. Nicht? Hat er nicht erwischt, oder? Das ist zu schnell. Nee, ich glaube, die Situation hat es noch nie ergeben. Spricht er für dich eigentlich? Ja, vielleicht bin ich auch zu flink gewesen, ich weiß es nicht, aber ich bin froh, dass er mich noch nicht umgekriegt hat. Was lernen wir denn aus dem Derby, aus Dortmunder Sicht? Sind das so richtig schmerzhafte, verlorene zwei Punkte? Doch, ja schon. Also ich glaube, jeder, der einen Dortmunder nach dem Spiel nochmal gesehen hat, hat gesehen, wo die Mundwinkel hingen. Und ich glaube, die waren richtig frustriert. Ob es ein Sebastian Kehl war, glaube ich, danach noch über den Weg gelaufen oder jeder einzelne Spieler auch. Ich glaube, die waren schon richtig angesäuert. Es ist jetzt ein bisschen so die entscheidende Phase. Wie kommen sie jetzt raus aus den beiden Rückschlägen mit dieser Mannschaft, die gerade noch in der Entwicklung steckt, zweifelsohne. Ich glaube, Sebastian Kehl hat trotzdem aber gesagt, Titelchancen sind auch da. Also das ist, glaube ich, auch das erste Mal wirklich ausgesprochen, dass sie, sie spielen ja auch um den Titel und sind ja auch nicht umsonst immer noch Zweiter und haben jetzt sicherlich irgendwie zwei Punkte verloren. So kann man es, glaube ich, schon sehen. Aber in zwei Wochen, drei Wochen haben wir das Derby oder den Klassiker, sorry, nicht das Derby, den Klassiker Bayern gegen Dortmund. Da können sie aus eigener Hand die Tabellenspitze, wenn sie jetzt gewinnen, dann auch nochmal an sich reißen. Und ich glaube, für Dortmund geht es auch immer richtig viel. Ich finde es gut, dass Kehl das sagt. Ich finde es wirklich gut, weil, klar, am Ende des Tages vielleicht werden die Bayern wieder meistert und dann zeigen wir alle wieder drauf und sagen, guck mal hier, da haben sie wieder geträumt, die Vögel. Aber ich finde es einfach in Ordnung, dass der BVB an sich selbst auch nach so einer Saison den Anspruch anlegt oder mitten in der Saison sagt, jo, natürlich, wenn wir zwei Punkte in den Bayern sind am 24. Spieltag, tun wir nicht so, als würden wir nicht wissen, dass in zehn Wochen Schluss ist. Und ich hoffe, dass Edin Terzic jetzt die richtigen Schlüsse zieht aus diesem Derby, weil ich glaube, dass man ja aus so einer negativen Erfahrung, man kann sowas ja eben was Positives drehen. Jetzt kommen sie aus was sehr Positives. Das ist vielleicht schwierig, dann quasi direkt wieder so ein Feuer zu entfachen. Aber vielleicht schaffen sie es ja, dass man da jetzt bestärkt rausgeht und dann mal gucken, was noch geht. Jonas, du hast ja bei Dortmund gespielt. So ein Derby ist auch einfach eine Extremsituation, oder? Das ist eine Extremsituation. Das ist auch, Gladbach-Köln ist auch Extremsituation. Ist aber auch geil, muss man sagen. Da freut man sich extrem drauf. Natürlich die Kulisse ist unfassbar. Auf Schalke. Ja, auch, ja, natürlich. Überall, ich glaube, in den allen vier Stadien, wenn man die zwei Derbys jetzt mal nimmt, besondere Anspannung. Es gab natürlich schon Derbys, da wirst du dann, wenn du zurückfährst, als Sieger von den Fans am Trainingsgelände entfangen. Und da stehen hunderte Menschen. Kann aber auch in die andere Richtung gehen. Wenn du natürlich nicht so performst, dass dann auch welche dastehen, aber mit immer anderen Hintergedanken. Also das sind schon geile Tage, muss man sagen. Wir haben dazu einen Tweet. Und zwar einmal vor Mato. Ich lese ihn ganz kurz vor. Wie soll Dortmund denn den Bayern über die nächsten Jahre gefährlich werden? Dortmund kann die Verletzung nicht kompensieren. Bayern hat, glaube ich, den stärksten Kader der Vereinsgeschichte. Man braucht nur schauen, wer gegen PSG von der Bank kommt. Da haben wir gerade schon leicht drüber gesprochen, über die Kadertiefe. Das ist vielleicht dann auch ein entscheidender Punkt. Christian, warum es... Es ist sehr beeindruckend. Vor allen Dingen, finde ich, wenn man mal diese wirtschaftliche Power betrachtet, die Bayern München an den Tag legt. Du kribst Führungsspieler. Ich finde, David Alaba als zentraler Innenverteidiger, Zeichen gesetzt. Jerome Boateng, als er topfit war, herausragend diese Rolle interpretiert. Entschuldigung, beide gibst du ablösefrei ab. Ribéry Robben, es endet eine Ära, auch ablösefrei. Und du legst nach, du bedienst dich bei Juventus Turin mit dem Licht. Du bedienst dich mit Hernandez in der Größenordnung. Kolportiert werden 70, 80 Millionen. Upamecano 40, 45. Vorne, du greifst bei Liverpool rein und holst Manet. Also diese Power, die da in den letzten Jahren oder Jahrzehnten aufgebaut wurde, das ist eigentlich das Beeindruckende. Ohne einen großen Investor und nach der Pandemie und jetzt stehen sie da mit einer Mannschaft, die in Europa ihresgleichen sucht und wo dann in 90 Minuten natürlich gegen einen Man City oder was viel passieren kann, ist klar. Aber sie sind voll auf Augenhöhe.